Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Oktria, heute mit Mom. Okay, so, äh, wo waren wir? Genau. So schön. Ich würde hier ganz gerne jetzt einen kleinen Schornstein machen. Was, was sagst du? Schornstein, dieser Kombi, Cleanstone, hä? Ach, ich hole mal Cleanstone, ich hole mal Cleanstone, ich hole mal Cleanstone, ich hole mal Cleanstone. Da haben wir ja mittlerweile auch genug von... Ne, Sandstein will ich nicht. Sandstein ist doof. Sandstein ist hässlich. Ja, absolut. Weißt du, ob es Spinnenweben gibt? Spinnenweben? So, als Deko wäre das? Du meintest Spinnnetze? Nein, nein, ich meinte Spinnenweben, ich meine schon das, was ich sage. Ja, Spinnnetze natürlich. Äh, Entschuldige. Äh, ja, es gibt... Ach, Mulen, hier wieder völlig. Aber ich denke nicht zu verkaufen, ich kann ja mal gucken. Ja, musst du jetzt nicht. Kann man dann immer noch mal machen. Also du kannst, wenn du möchtest, musst du aber nicht. Ich könnte nämlich schon, ähm, wissen, wo das sein wird. Okay. Ich kann euch, also dir und den anderen ja, ähm, den Handel mal sagen. Aber ich habe kein Geld dabei. Aha. Ich habe nur den einen Coin, den du mir geschenkt hast. Nehmen wir heute. Ja, es soll eigentlich ja auch mehr oder weniger hier jetzt nur Deko werden. Gar nicht, äh... Oh, das brauchen wir so unbedingt wie Essen. Huch. Ich weiß nicht, ob das gut aussieht oder ob wir da eher Glas reinmachen oder so. Ähm, das sieht ja doof aus. Äh, das sieht ja total doof aus. Das sieht bescheuert aus. Also, bescheuert, finde ich, ist ein etwas... Ah, da. Hier. Etwas hartes Wort. Ne, nicht faden, ne? Ne, nicht faden, Spinnenweben. Ich weiß nicht, ob man Spinnenweben mittlerweile craften kann. Ähm, gehe ich mal nicht von aus. Ich hätte gedacht, das wären Monster-Trops. Vielleicht in Deko? Ja, das wäre was gewesen. So, nein. So. Äh, kannst du gleich nochmal in die Werkstatt gucken kommen? Aber ich glaube, das sieht irgendwie doof aus. Hm. Wir waren da einfach so... Ah, vielleicht doch mit, äh, Stufen vielleicht eher. Und gar nicht, äh, das hier hinten so. Äh, Kopfstücken. So. Was soll ich machen? Äh, wie? Wer soll was machen? Du sagst, ich soll nochmal in die Mine kommen. Äh, ich weiß nicht. Ja, nee. Bin da. Ja, ich weiß nicht. Es sieht alles doof aus, was ich hier tue. Ähm, die Frage ist jetzt, die ich mir gerade stelle, wollen wir irgendwann einen automatischen Ofen haben, oder? Auf jeden Fall. Ja, ne? Dann würde ich vorschlagen, dass wir den einen hier, also, dass wir die Seite hier nutzen, um automatische Öfen zu machen. Äh, Kobbel? Kobbel. Äh, ja, Kobbel habe ich ein bisschen hier. Danke. Äh, mehr leider nicht. Das reicht wenigstens. Ich habe noch einen Stack. Ein, du hast mir einen Stack gegeben, ne? Einfach eins höher. Oder hast du mir vier gegeben? Ja, nein, nein, ich habe dir einen Stack gegeben. Ja, dann, das ist dann was anderes. Ich hatte nämlich noch vier. Äh, die Frage ist, wie machen wir das jetzt mit den automatischen Öfen? Hier müssten Trichter und Kisten hin, das wäre okay. Äh, hier müsste Trichter, Trichter, Kiste. Hm. Ähm, da ja auch. Ähm, ich... Schinken. Versuch mal was. Wir haben doch jetzt Eisen, oder nicht? Oh, ich kann ja schon, äh, dings machen. Dann was? Na, äh, ne... Ja. Trichter. Ja. und wir haben noch wegen den Briefkästen ähm, ein oh, das ist aber nur 16 Eisen ne, das ist Lapis ach, da haben wir ja auch noch Eisen stimmt ja, von Wakanda waren ja noch Eisen Maki äh, kommst du gleich mal runter ja, ich kann jetzt mal eben kurz zu dir kommen und bring bitte einen Eimer mit ich hab jetzt auch einen Hund ja? ja ich hab noch gar kein Tier gemacht, das muss ich unbedingt jetzt mal machen wie kann ich den holen? äh, mit PC slash PC sollte gehen, theoretisch, du hast kein Pad, hast du eben Dings abgegeben ja, ja, dann geht das natürlich nicht so, äh, hier hast du deinen Eimer okay, der Brunnen ist jetzt in der Mitte gefällt mir besser und viel besser sieht gut aus äh, soll ich wieder gehen? äh ich geh da wieder tschüss dann musst du halt gleich noch mal runter ja aber ich möchte hier auch noch mal eben kurz ein bisschen weitermachen nein, ich brauch nichts mehr so, weil ich muss jetzt erstmal denken das ist jetzt das, äh das Schlimmste überhaupt ich muss denken so schlimm ja, absolut ich kann es nicht fassen das ist, äh, quasi das Schlimmste überhaupt eine Bedrohung ich muss jetzt mal eben kurz überlegen wie ich das am besten mache also wir haben Trichter die dann in die Kisten laufen hier unten rein ähm okay ich überlege nämlich das Ganze länglich zu bauen weißt du ich hab noch nie ich hab immer so ein Vierer gemacht aber noch nie, äh was Länglicheres und äh ich glaube das geht auch gar nicht wirklich weil ich in die dann ja die Kohle nicht reinkriege das heißt doch, doch, doch die kriegen wir da rein klar kriegen wir die da rein wir sind kriegen wir hin das das sagt sie übrigens öfters wenn sie alles haben möchte äh, verdammt das geht vielleicht auch nicht so ah, ich brauch Rahmen Schinken obwohl ne mal gucken ob wir Rahmen haben könnte das würde jetzt mein Leben retten wenn wir Rahmen haben Rahmen würden dein Leben retten nö äh nö oder ja oder nein oder wie ja aha ich überlege gerade nö wie wir die mit Kohle füllen können das ist doch doof ähm das ist doch doof vielleicht sollten wir die einfach manuell mit Kohle füllen dass wir einfach Kohle die wir haben in die Öfen direkt reinschmeißen und alles was zum brennen ist dann das ist irgendwie ist das blöd automatische Öfen sind immer blöd die stellen dann immer für eine Herausforderung so da machen wir doch Vierer aber da machen wir zwei zwei Vierer ähm ich bin eben da bespauen um was zu tun um mir Leder zu holen Leder? ja wofür das denn? für den Brunnen aha okay ich brauche acht Stück ach das ist doch alles kacke hier ich find das doof also vier Öfen dann doch nicht machen wir nur zwei Öfen damit das Ganze ein bisschen schöner bleibt genau genau aha aha so das wäre dann ja Kohle aber Kohle hatten wir wollen wir die Kohle manuell einfüllen? ähm können wir machen ja oder eher nicht warte mal ich kann nochmal hier ein Haustier holen das heißt sie hat dann auch ein Eisbär ähm ja was soll's egal machen wir das so das passt schon irgendwie hatte ich mir was anderes vorgestellt aber was soll's ähm ich muss nur eben etwas ich muss jetzt mal schauen ob die Truhen aufgehen wenn ich die da oben drauf packe oh ja okay ich muss nur kurz etwas machen und gleich wieder auf der Öl ach da mach du mal ach wieso ist das jetzt so schwer auf den Smaragd zu kommen äh so dann rühst du hier jetzt eine Kiste hin und äh noch eine Kiste was tust du eigentlich? du verprügelt die Tastatur voll ich tue nichts doch auch was tust du? ich hole nur nochmal kurz Leder Leder? ja wolltest du das nicht am Spawn holen? bin ich doch ach so na gut so okay dann ist der Ofen da steht da kommen wir ran an die Kisten ich finde das ja immer irgendwie ein bisschen doof man könnte das Ganze ja auch einst weiter runter ziehen ne und verkleiden das ginge doch auch ah wir probieren das hier halt ich hab nicht so viel Trichter haben wir schon einen Amboss? ne den haben wir noch nicht ach doof so weit bin ich jetzt hier noch nicht denn ähm ich bin hier immer noch am probieren wie ich das am schönsten verpacke mit den äh automatischen Öfen so ähm ach warte mal das muss jetzt ja dann auch Dingsziegelstein werden genau dann Kiste rein ach nee gar nicht warte da müssen ja die Dings ja nicht richtig ich will dir etwas geben du willst mir etwas geben mhm was willst du mir denn geben? äh ich komm mal zu dir ja ich komm hier auch grad nicht raus da jetzt so eine schwarze schalkartruhe eine schwarze schalkartruhe willst du mir geben? ja aber da ist noch was drinne ok äh und was ist da drinne? ein Spawn-Ei ein Hund ach du hast mir einen Hund gekauft und Knochen zum Zähm das ist aber nett von dir warte mal ich guck mal ob ich ein Tier dabei hab ja ich hab ein äh Lama warum hab ich denn einen Lama? ach das ist nur von der Testzeit irgendwie übrig geblieben ähm dafür muss ich einen spawnen um den wegzubringen ne? genau ich bring ich hol mal meins da geh ich eben dann spawnen und dann äh du kannst ja nicht für mich mal in einem MyPad mitkommen nee nee das geht leider nicht das ist leider schade das geht leider nicht Niki rennt einfach so kauf so guten Tag Herr Tierlager ich würde dir mein Tier übergeben jawohl und ich würde mein Tier holen jetzt hab ich keins mehr ne? Lucy kommst du? ja ich will nur kurz mal was gucken ich frag dir mal ach hier ist wieder offen wieso? ach da war irgendwie äh zu gewesen können wir ja einmal versuchen na vergiss es da komm ich nicht weit so kommst du? ich geh wieder nach Hause so bin da und dann äh und dann muss ich jetzt meinen Hund machen in der Werkstatt hinten ich guck mal eben schon ob ich hier noch Eisen habe ne? nur damit ich es äh Eisen ohje damit ich es fertig machen kann mhm oh Gott aber ich komm sofort wir haben auch noch die Ocelots ich hab auch ein bisschen Fisch gefunden Fisch? also die könnten wir auch dann noch zähmen vielleicht kümmern wir uns erstmal da drum um die Tiere hm ich komm jetzt erstmal nach hinten damit ich den Hund machen kann und dann äh können wir die ja wegbringen und machen die Katzen dann haben wir die auch endlich mal gemacht ne? ja gut ähm wo sind jetzt die Knochen hin? äh da klappen sie mir die Sachen so ähm Moment oh Gott ich hab die übrigens von meinen ähm Geld gekauft hallo hallo äh hallo eine Leine ich hab ich hab äh vorne ich würde jetzt eine holen dann kommst du mit nach vorne gleich weil dann können wir gleich zum Spawn irgendwie die abgeben und äh dann die nächsten machen ich muss nur grad essen warte bevor du dein MyPad machst okay? äh wo ist denn hier ne Leine? ich hab hier keine Leine wie du hast hier keine ich hab hier irgendwie keine Leine warum hab ich hier keine Leine mehr? müsste ja eigentlich eine sein aber wahrscheinlich hab ich die äh hier ist keine Leine also du hast hier auf jeden Fall was hab ich? äh nix ich ah hier ist eine oh Gott sei Dank so jetzt muss ich den äh hauen ne? oder nur rechtsklick drauf machen ich hau also so geht's nicht hauen ha okay ha so und dann den Namen? slash pet name mhm und dann den Namen ähm Leerzeichen natürlich mhm ähm weißt du wie das mit den Farbcodes ist? nein nein? also weißt du nicht? ich wusste noch nie das ist Gold ähm Gold? ja ich glaube das ist so eher Gold dann nehmen wir den doch Goldie slash so pet viel Spaß ha ha Dankeschön krieg ich aber die zwei Coins ich hab das ich hätte das eigentlich geschafft weil ich schon dran bin aber ähm ich hab halt eben schon was geschrieben ja so ich hab äh ein neues MyPet ich mach jetzt mal das war genau so verhalten normal Hunger rohes rohes du isst Kaninchen? ja wie geht das mit den Farbcodes? ähm du musst dann die nochmal zumachen nochmal in die andere Richtung die Klammer also schon so machen genau dann die Farbe so ja aber dazwischen ja und dann das ist eigentlich 5 das weiß ich nicht genau so genau weiß ich das nicht ne du machst du machst immer die falsche Richtung die Klammern genau und dann den Namen pink ich hab pink ok 5 ist also pink sehr schön anscheinend freut dich das so dann lass uns mal ähm zum Spawn gehen und die beiden abgeben äh Spawn ich schreib manchmal und manchmal auch nicht ach ich hab immer keine Lust ich habe was für dich ab in den Briefkasten damit ja Lucien viel Spaß so ok ähm so mein Gott in den im nein in Spenden in den Briefkasten ähm warum Spenden in den Briefkasten Emmi warum nehm ich die nicht mehr so an das kommt weil im letzten Octria hab ich so viele Sachen bekommen die ich äh nicht mehr zuordnen konnte und äh ganz viele Dinge sind einfach untergegangen und das möchte ich verhindern und deswegen bitte nur noch in den Briefkasten mit Buch dazu oder eben in der Schalker Kiste die wir euch wieder zurückbringen damit wir genau wissen von wem haben wir jetzt überhaupt das Zeug weil es war ja einfach ärgerlich wenn ja wenn ihr dann das Zeug äh 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 sehr cool nicht bekommt so ähm Kuchen das ist jetzt ein Ozelot Ozelot brauchen Fisch wie viel Fisch meinst du brauchen wir für ein Ozelot fünf fünf äh die Fische hast du rausgenommen ne ich hab nur zwei genommen äh und wo sind die anderen musst du suchen ich hab auch gesucht äh du bist ja wieder nett gebraten nein das ist Kugelfisch geht nicht ne ach hier roher Lachs sonst frage ich die anderen wir probieren's doch jetzt einfach ja probier mal nur dein aber ich kann sowas nicht ähm okay äh dann probiere ich erstmal nur meinen und falls ich noch Fisch brauche musst du mir den geben okay ja du musst sneaken ne jetzt müssen wir erstmal zehn Blöcke weit weg genau und dann äh einfach langsam ran der kommt dann irgendwann dreht der um und kommt dann auf einen zu so jetzt kommt er ja mit zwei hat's geklappt yay bei mir wird's länger dauern oh und dann noch ne Siam Katze so ne oh wie cool hallo die kannst du übrigens auch als Smile Pad machen ähm naja ich hatte ja gesagt ne dass es Snow wird hatte ich das gesagt ja hatte ich gesagt ähm ich glaub wir hatten doch die gar nicht wahr der Hase war Snow genau hier hinten genau das ach Gott ein Hase auch noch hoch Leute äh wie nenne ich denn jetzt die Katze hier ich bin jetzt dran oh wie nenne ich denn die Katze ich weiß keinen Namen oh meine rennt direkt weg ja und jetzt ganz langsam einfach hinlaufen 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 weiter 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 noch weiter stopp sneaken und äh weiter stehen bleiben sneaken kannst du loslassen und dann jetzt mit dem Fisch drauf jawohl beim ersten Mal ne ja beim ersten Mal sehr cool genau die gleiche so wie nennen wir die ich nenne meine Klemmer gut also ähm das wird jetzt leider ein McKay ist zwar die falsche Farbe weil ähm er müsste eigentlich getigert sein aber das wird jetzt ein McKay so so du hast kein MyPad ey willst du mich veräppeln stimmt ja ich muss den ja sauen und jetzt warum ist denn der zu riesig das komm mal mit äh warte mal guck mal komm mal her du äh guck mal das ist ja mega das ist voll riesig geworden warum bist du jetzt so mutiert ja jetzt äh musst du natürlich äh das äh äh jetzt äh muss ich dich leider Mutant nennen hä hä Mann ich will jetzt so ne kleine ne du machst McKay und ich mach dann Kitty weißt achso ja ja du musst halt jetzt gucken was kommt bei dir raus vielleicht auch so Mutant gibst du mir deine Leine hey ja hier Glamour so ich hab Mutant Manu auch Riese geworden Slash Pet Pet Name musst du zusammenschreiben kann man die eigentlich leveln die Tiere haben die es gewonnen ja hab ich nur im TS mitgehört Standard und Premium mein Hund ist Premium äh ich weiß nicht kann ich das benutzen kann ich das nicht benutzen reiten ab Level 1 ich will doch nicht meine Katze reiten ich mein hallo alle Fertigkeiten alle Fertigkeiten sofort freigeschaltet aha Norton von mir aus so wie wird Klamour geschrieben ich weiß nicht äh keine Ahnung dann mach ich eben Kitty mach Kitty so äh gibst du mir meine Leine wieder das wäre echt super toll von dir ja na danke so huch nein ich will doch nicht auf einer Katze reiten ich mein hallo wie hast du das gemacht äh einfach mit der Leine muss mit der Leine rechts kicken wieso ist bei mir jetzt ein äh weil der jetzt da sitzen bleibt das ist äh ist noch relativ neu also war damals neu Hunger roher Kabeljog bist du okay Level 1 äh hast du auch ein Inventar haben die auch ein Inventar weißt du das nope äh pet inf nicht bekannt okay ähm ja macht nix muss ich nochmal auf die Seite gucken was es da alles gibt okay aber jetzt müssen wir erst mal den Part beenden tada denn der ist schon ziemlich lang und dann ähm würde ich sagen sehen wir uns doch im nächsten wieder also bis denn ciao ciao tschüss tschüss